Guten Tag, Freunde! Ich bin Frau Kaya, das ist Fritz und es ist wieder Volkslied Freitag. Nur ist der Tag für mich heute etwas traurig, denn heute ist der letzte Tag mit meinen Seniors an York High School. Ich werde sie alle sehr vermissen und ich hoffe, dass sie alle in Kontakt bleiben werden. Heute habe ich ein Lied gewählt, das man sehr oft auf Englisch hört zu Silvester, am ersten Neujahrstag. Und ich denke, die Melodie ist bekannt und der Text passt sehr gut zu einem schönen Auf Wiedersehen. Der Himmel wirbt sich übers Land, ade, auf Wiedersehen. Der Himmel wirbt sich übers Land, ade, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, York High School.